Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Hallo! Hallo! Ich hab mir einen Sport-Stumpf. Ich hab mir einen Sport-Stumpf. Ich hab mir einen Sport-Stumpf. Was ist das? Du bist es nicht so schlecht. Ich bin eigentlich cool. Das ist ein bisschen gelade, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2018 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich habe ihn in der Weichung, weil er ist nicht ganz schwer bin. Ich weiß schon, das letzte Mal, weil er wollte, dass er nicht immer alle rumkommt. Das sieht ja auch so, wie andere gerade in der Kampen. Das sieht ja auch so, wie andere gerade in der Kampen. Da sieht man ja über die Sonne raus. Das sieht man jetzt schon gut aus, oder? Das sieht man jetzt schon gut aus, oder? Das ist ja gut aus, aber der war ein bisschen raus. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe es gedacht. Ja. Ja. Das ist ja gut. Dann kann ich ihr das mit dem, 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 an den Kampen. Dann kann ich malo, was schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Das war so. Es ist anders, ja? Was standt du für einen Funktion? Ja, ich hab es hier. Oder ist das Ziel? Oder ist es hier viel Spaß. Ich hab ein Problem mit der Sau. Wenn ich mich auch kenne, dann war das Kind. Es gibt keine Kraft, die wir haben. Die Fahrer ist... ...und das muss man auch nicht kurz machen. Genau, ja. Die Fahrer ist sicher fertig. So, wir sind schon auf die Weile gesetzt. So, wir sind schon auf die Weile gesetzt. Das ist eine Schweizer Maschine. Das ist eine von der C5-6. Bei der C5-6 ist das so normal. Das ist amerikanisch, wenn es beim Schnee ist. Das ist in Amerika. In Amerika haben es einen anderen Antrücken. Das sind Seitenantrücken. Also einen kleinen Seitenantrücken. Das ist der erste Mal bei der Wattfahrt, das war die eigene Tasche. Das ist der nächste Mal bei Wattfahrt fahren. Wenn wir es schnell entfernen. Dann muss der nächste Mal bei der Wattfahrt fahren. Das ist der nächste Mal bei der Wattfahrt. Okay. Ich glaub mal da wo hinten reinkommen. Deshalb müssen wir reden. Wir können mal hier jetzt mit dem Bärm. Nein! Ja, ich habe noch einen Schaden. Ich habe hier noch eine Führung. Es ist Schaden. Ich habe hier meine Führung. Aber ich habe hier ja noch eine Flasche. Das ist ja so gut. Die österreichische Gestaltung war. Das war schon so ein Windschweck. Das war schon die meisten Veränderungen. Das war schon die meisten Veränderungen. Das ist schon so schief. Das andere ist. Das ist ja zum Mittag jetzt. Das ist wie ein paar Wehen. Aha, ja. Vom Alex. Das war schon. Das war schon. Das war schon. Das ist ja auch schon. Das hat das unten. Der hat nur dieses unten. Schlafen sie uns mal. Das ist ja eh. Jetzt ist ja. Ja. Das ist ja Spur. Was? Gehör rein. Ich find's zu sehen, ja. Dann muss ich aber noch eine Zumüllstelle für die Kurve kommen. Wir brauchen noch eine Delle. Aber das wird so schön, das ist schön. Das geht total. Das geht total. Rollenboi gibt's bei euch auch. Rollenboi gibt's bei euch auch. Was? Rollenboi? Keine Nacht bei uns nicht, aber in Lundern. Fahren sie noch bis Ende März fahren sie noch. Vier Maschinen sind wir da auf der Raberfahrt. Die Strecke ist in Elektronizierungsverfahren. Wir stellen jetzt vor allem mal sehr. Das sind die BW1-Kerber in Dresden. BW1-Kerber in Dresden. BW1-Kerber in Dresden. BW1-Kerber in Dresden. Komm, hallo, von Dresden-Kerber. Wird das jetzt einfach nicht einfach fest organisiert? Leider. Leider verstanden mit Dresden. Dresden. Ja. Ja. Ja, sehr weit. Wie Dampf ist denn vor? Nicht Dampf aber vor schön. Ja, Mann. Dampf ist nicht. Dampf ist nicht. Ach, so Dampf ist nicht. Wo waren die? Wohin, der hat sich mal sehr gut fahren. Lauf in die Sächsische Schweiz. Ah, ja. Von Pfalz. Ja, ja. Ja, ja. Zu viel kann nicht. Ja, aber das Lampf ist doch halt gar nichts. Nein. Was ist denn? Ja, ja. Ja, das ist ja. Von Dresden. Und schon muss man gut das sehen auf. Ja, ja. Die Säle. Ja, ja. Ja, ja. Die Säle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ganz neu, ne? Ja, das ist ganz neu, ne? Ich weiß nicht, das sind Jahre, ja. Wo ist das? Wir haben so eine Wettbewerbs 23 Meter. So, und ja, okay. Ich wollte mal etwas neu untersuchen, dass es unterschiedlich ist. Das Problem ist nur, wenn du keine Ersatz hast, dann musst du das extra neu machen, weil es gibt keinen Katalog mehr. Das ist schon 60 Jahre, wenn du das 3,6 Meter neuer gesammelt hast, wenn du den Arm drauf auf Kaninchen schaffst, dann muss ich auch wieder reichen, in dem Schweiß und in dem Regen, wenn du sie sich auf die Jahre wieder in Betriebsschutz und Geld mit verdienen, dann mach ich doch lieber auf die Jahre. Das ist meine Meinung. Ja, man soll es so machen, ist auch ein g'scheieres Nuss, wenn ich. Und natürlich, man muss immer, man muss immer auch denken, die Qualität hat gekostet. Ja. Das muss man nicht auch geschafft haben. Wie weit darfst du das sein? Ich zeig dir am Laufen da. Ja. Hi. Ja. Ja. Ich schaue mal. Ich danke dir. Ich danke dir. Hier ist eine Bereitschaft. Mousse, wo du? Und Zitzen Zitzen Spannungsgeladene Alle kenne ich noch, die da hinten. Das war's für heute. So, ich hab hier dann beide abgetrunken. 28, dann machen wir 30. Das ist ja normal. War schön, oder? Ja. Nachher. So, 40 zurück. Das ist Stichfahrt. Das ist mein Kölner. Innen dritten, nicht das weg. Aha. Jetzt lassen wir mal 2 zurück. Okay, schön. Die Stadt ist ein sehr guter Tag, aber es ist ein sehr guter Tag, das ist ein sehr guter Tag. Nach dem Schlaf zu Mittwoch ist es ja eigentlich so gut. Oh, natürlich gut, ja. Und jetzt geht es weiter. Du meinst, das wär toll? Ja, weil das sind meine Zugfahrt. Das ist meine Zugfahrt. Das Schwingt hier. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020